Oh, bitte nicht nochmal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play jetzt online. Nein. Doch. Ich glaub doch nicht die ganze Zeit im Kreis, man wird ja ganz schwindelig. Ich mach's auch, wenn du's gemacht hast. Achso. Also, du musst das in den Mondschweig, um den Mondschweig, oder? Ja, lass uns doch erstmal den Össelturm machen. Oder? Warte mal, ich guck mal, ob ich da was habe. Ja gut, wenn nicht, dann brauchen wir nicht rein. Doch, eine Sache hab ich, aber ich glaub, das ist der Boss und den kann ich noch nicht platt machen. Okay, dann... Da fehlen noch ein paar Level für. Ja, Mondscheingrab, genau. Okay. Ich hab hier so viele Items, ey. Tag 1, Tag 1, Tag 1, Tag 2. Ich muss öfters mal regelmäßig durchgehend online sein. Im Spiel. Ich will mal den kompletten Kalender hier durchkriegen. Würde sich ja diesen Monat lohnen. Ich hab nur einen Tag verpasst. Warum hast du das jetzt immer online? Also jetzt hier gestern? Ne, gestern war ich nicht online. Gestern hab ich nur geupdatet. Da ging der eigentlich richtig fix. Ich guck gerade, was ich hier noch bei meinen gekauften Items habe. Warte mal. Sehen? Jägerlizenz. Jägerlizenz. ета. Ne? höhere Droprate. Das wollt ich sagen. Das 6 plus 10. Das nehmen wir mal. Erhöhte rozp für einen Tag 20%. Das nehmen wir auch mal. Exp Booster. der dvd und der lebe deshalb und der lebe deshalb alles gut ja 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 wieso ja ja nicht fragen kostet ja nichts bist du sicher ich hoffe doch mal nicht also dein auftragsgebiet ist hier wo wer ist das denn hallo boten weg ich guck doch nur guck die federmanns an ich brauche fliegender stab fliegen da zwei mal okay ich zeig dir zumindest was ist magiestab also magiestab 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 auge des magias auge des königs scheinbar ich weiß was das ist ja ja gut dass du drei tier nein da hast du nicht einen komischen bäben sehen oder gekauft hast der ist gewesen dass du hast das jedoch da so einig das war das pferdchen doch ich habe ich habe noch ein rentier das habe ich noch benutzt das wenn es dafür dass das kann ich nehmen oh mein gott ja nie ist klar ey ich glaube das ist das neue einsteiger ding wenn man lange nicht online war oh nee da muss ich so langsam bin ich auch kein schnee hier ja was das ist nun mal ein schlitter mit mir entierter dann da brauchen wir schnee und ich wiese hier ist ein auftragsgebiet ich denke die ganze zeit ich bin im fantasy ja ne so irgendwie was ist das denn hier das ist das 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 ach so habe ich ja nur das okay ich hole dich dann hier ja ich könnte sonst nur zugucken ich bin im grab was machst du ja schon im grab warte mal ich kann nicht sagen was ich da mache ich brauche hacken ich brauche knochen im taschen ich brauche spinnen also erdspinnen prox prox goblins und ich bin totkämpfer okay also ich muss einiges im grab machen ich weiß nicht denk an deine buffrollen falls du noch welche hast ja ja war ich nämlich auch gerade ja ich bin tot ich habe mich hier direkt wieder belebt so ist jetzt mal kurz ein bisschen entdeckung kann doch nicht wahr sein wenn du hilfe brauchst schrei nein ich schreie nicht ich sagte halt einfach bescheid das ist mir angenehmer dann nicht so wie hybrid der mich im stream immer anschreit mit dem jumpscare ja ne das machen wir nicht ja nicht schade ich kann so nicht kann so nicht schreien wie der jumpscare welches versuch bestimmt tötet 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 was das wird ja ne mammutaufgabe ey ich weiß zumindest warum du erst level 35 oder 37 oder was hattest 32, ja. Äh, 35, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, 32 kannst du nicht sein. Jetzt habe ich keine MP mehr und ich habe keinen Treppen mehr. Was mache ich denn jetzt? Dein Steinchen. Ach, genau. Ja, ja, wie gesagt, ich habe ewig nicht mehr gespielt. Ja, wir haben ja heute mehr als genug Zeit dafür. Nee, so viel Zeit haben wir auch nicht. Ja, doch. Zumindest, äh, um einige Parts für einige Wochen im Voraus zu machen. Ja, das ist, das ist, ja. Also es kommen immer ja zwei Parts die Woche. Ein Kärtchen. Ich habe übrigens unseren verlorenen Part wiedergefunden. Ich habe, wie schwe der Tod? Soll ich vorbeikommen? Piep dich doch ins Knie, ey. Also wenn zwei Magierstäbe da auf mich einprügeln, das geht nicht gut. Geh weg, ich habe dir noch keins getan. Geh weg. Ja. Nicht mal angegriffen und das Ding regelt gleich aggro. Ja, komm mit, genau, komm mit. Ich ziehe dich hier aus der Menge raus. Ha. Bam. Wie es freut. Ja, ich sollte nicht so eine Rüstefresse haben, vielleicht liege ich wieder da. Ja. Uuuh. Wie, wie schnell wird denn das Mana verbraucht, ey? Als Kleriker? Oh, doch. Wie nix Kleriker. Na, noch nicht, stimmt. Priester. Mal so ein Buff wäre jetzt gut, ey, dass man mal ein bisschen mehr Mana hat. Das wäre echt... Oh Gott, ich gehe weg. Wir freuen mehr dafür. Weiß ich nicht. Äh. Äh, müssten graue sein, mentale Verstärkung. Moment. Ich gucke gleich. Ansonsten müsste ich welche herstellen. Äh. Das schadet, Tier 2 kann ich noch nicht herstellen. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Aber Tier 1 könnte ich, wenn ich die Zutaten kaufe. Was heißt eigentlich dieses Tier? Was bedeutet das? Äh, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5, Stufe 6. Okay, warum macht man dann das Tier davor? Das ist einfach was, was ich dir nicht erklären kann. Genauso wie so Mounds, Mounds heißen. Ach ja, da war ja was. Das kann ich dir auch nicht erklären. Ja, wir nennen sie einfach Begleiter. Nee, Begleiter sind die Pets. Begleiter sind Pets. Ja, dann... Die kleinen Haustiere. Was weiß ich? Irgendwie. Mounds. Mounds, Mounds. Nicht mauzen. Habt ihr das Gefühl, sie haben es, äh, aber haben zumindest, äh, angegeben, dass man mehr Schaden kriegt? Würde mir das nicht vorstellen. Das kommt mir aber irgendwie auch so vor. Ich krieg ja teilweise irgendwie auch ganz schön. Auf die Fresse. Ja. Also ich, ich teile auch gut Schaden aus, so ist das nicht, also ich hab jetzt keine Probleme. Ich auch nicht. Aber... Ich bin ja auch gar nicht zweimal gestoppt, hab mich nur ausgeruht. Ja, ja. Hab ich nicht vielleicht noch irgendwas, womit ich mein Inventar vergrößern kann? Nein. Nee, tatsächlich nicht. Ich hab Mammut, ich hab Tiere. Äh... Äh... Warte mal. Ah, gut. So, also wenn ich das da öffne, dann gucke ich grad noch einmal kurz, ob ich mir vielleicht da was kaufen kann. Hehehe. Damit ich nämlich endlich mal genug Platz habe. Oh, ich hab, ich hab sogar... warum hab ich denn noch Guthaben? Seit wann hab ich denn noch... Okay. Das ist aber selten. Äh... Inventar-Erweiterung. Ach du grüne Neune, braucht man da viel für. 17.500. Doch, das ist nicht wenig. 6.800 hab ich. Okay. Ähm... 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 Warte. Ich weiß nicht, ich stehe jetzt hier grad einfach nur, wie... Jock vorm Berg da. Ja, ich bin kein Roboter. Weiß ich. Nee, du bist ja auch ein Biba Bobbycar. Biba Bobbycar, ich fahr in meinem Bobbycar. Biba Bobbycar, ich fahr in meinem Bobbycar. Ja, genau. Mhm. Biba Bobbycar, ich fahr in meinem Bobbycar. Du hast gar keinen Bobbycar. Nö. Äh... Komm, war Inventar-Taschen, permanent. Zwei Plätze mehr. Äh... Geht weg. Geht weg. Okay, das ist so. Habe ich das jetzt direkt? Ja, habe ich. Juhu. Für immer mehr... Platz. Jetzt habe ich vier Taschen. Oh, scheiße. Ich hatte sogar noch was drin. Oh. Also, nein, ich hatte keine Taschen noch drin, sondern mein Inventar war schon mehr als voll. Also, voll voller. Weil ich vorher so extra Taschen hatte. Aber keine dauerhaften, sondern welche, die wieder verschwinden. Also, gut, dass ich das gemacht habe. Jetzt habe ich doch nicht ganz so viel Platz und mehr frei. Naja, aber immerhin noch ein bisschen. Und ich bin froh an Fun-Fanalyse. Wurzeln gewöhnt. Heftiger Schmichmaff. Und, kommst du klar? Nö. Und du? Ich? Ja, super. Arsch dir. Das ist nicht einfach. Biba, Bobby K. Soll ich helfen, komm? Nein, nein. Könnte ich aber. Ja. Komm her, du kleiner fliegender Stab. Was soll ich, dass ich so zukomme? Nein. Dann helfe ich halt nicht. Stirb. Was für brauche ich denn noch? Mist, ich wünsche, dass du. Tja. Ist halt kein FF. Nee, das wirklich nicht. Oh, ich bin gestunnt. Das ist schlecht. Ja. Ja. Weil ich definitiv gleich aufgehe. Gut. Ja, also, ich glaube, man kriegt mehr Schaden. Das ist... Uh. Uh. Das ist nicht schlecht, ja? Das ist nicht schlecht, ja? Ja, das... Ja. Oder man ist es einfach nicht mehr gewohnt. Das kann auch sein. Durchaus möglich. Was habe ich eigentlich für eine Rüstung? Jo. Ich müsste auf jeden Fall mal nachgucken, ob ich nicht in eine andere Rüstung tragen kann. Oh Gott, ich... Ich drücke auf alles, aber nicht auf das, worauf ich draufdrucken soll. So schlecht. Ja. Ganz gewaltig. Ganz gewaltig. Ich hoffe auf jeden Fall... Später... Muss ich mir auf jeden Fall wieder Steine kaufen. Ja. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja. Da führt kein Weg dran vorbei. So... Goblins. Wo finde ich Goblins? Goblins? Ah ne, Goblins finde ich ja gar nicht, aber ein Hobkämpfer. Wo bin ich denn? Was ist denn? Da ist er. Oh Gott, ich brauche drei von euch. Langweilter Fuchs... Was ist denn denn? Ach, den tippe ich, okay. Und zieht das Petschern her. So spielen hier eigentlich tausende von anderen Viechern mit rum, ey. Weil das denn im MMO so ist? Ich will das aber nicht. Hallo, Grabwolf, kommst du mal her? Nein, tut er natürlich nicht. Ui, was für ne miese Kacke. Was für ne miese Kacke. Ey, ist es der weg? Da bist du. Ja, jetzt muss ich ja so lange warten, bis der Hobkämpfer wieder spawnt. Scheiße, nein. Ja, ich weiß. Nein, das... Oh, wisst ihr euch. Hakuna Matara. Nein, nicht sterben. Ich stehe als Modell. Das heißt, siehens. Toll, zum Start. Ich hasse dieses Spiel. Was? Wo spielst du es denn? Ja, weil... Ich brauche nur noch einen Hobkämpfer, dann kann ich zu dir kommen. Ja, wäre doch vielleicht doch nicht verkehrt. Ja, jetzt, jetzt, ne? Ja, hallo, ich bin halt kein Kämpfer, wie du uns. Und wenn da so drei, vier Viecher auf dich einprügeln... ...ist halt, äh, erstmal kontraproduktiv. Tja, ich habe gute AOE-Angriffe. Kannst du hier hinten, ey, da kann ich ja irgendwie auch meinen... ...meinen Schlitten nehmen, der so gut auf Gras funktioniert. Bi-ba-Bobby-Kar. Ne, ist es kein Bobby-Kar. Bi-ba-Bobby-Kar. Er sieht fast so, es sieht fast genauso albern aus, also ja. Oh, Anwesenheit geprüft. Juhu. Dasselbe Item, was ich jetzt 30.000 Mal hintereinander gekriegt habe. Geil. Dasselbe Item nochmal, alles klar. Ich habe jetzt... ...dieselbe Box. Eins, zwei, drei, vier... ...fünfmal. Und ich weiß bis jetzt noch nicht, was man mit anfangen soll... ...mit dem Item, was da drin ist. Okay. So. Fortune. L drehen. Und jetzt komme ich zu dir. Eww. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da alles gut bei dir oder ja wieso fragt nur dann können dass irgendwas nicht passt oder nö kommst du dann darauf du keine ahnung juhu level up du für 43 ja wenn das meine goal ist was du immer angeben musst ich habe doch gesagt dass ich jetzt in der werb ja und dann stufe 43 ja ich hätte ja sagen können was ist denn das hätte ich nicht gefragt nein 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 ich wundere mich über deine komischen geräusche nicht mehr die du so von dir gibst das ist nein wenn du hier die ganze zeit so rum geht passiert doch nichts ach hallo mensch du was brauchst du ja ich brauch äh äh grabwölfe ok sind sie irgendwo hier ich weiß ich kann nicht ja heilen das wird für ratsam ja äh geh weg grabwölfe was wie ich diese alle mit einem ding schon platt gemacht habe ja mach ich auch nicht hast du jetzt genug oder ange gepolt ja ich hab genug gepolt so vier stück noch versuch mal ob du das hier irgendwie heilen kannst ok geht nicht ne ich glaub da ist das noch zu ja warte kurz ich guck grad mal ob ich noch was zum ding sehen habe boostcard für die jagd das ist für quest und das andere ist für die jagd ok das ist gut ey jagdmeister ja dann krieg ich halt durch zwei quellen mehr ich weiß da greift mich was an ich nehme mal an wir schaffen es in den nächsten sieben tagen nochmal aufzunehmen oder ja schaffen wir gut warum äh weil meine xp karte sieben tage gültig ist und es wäre schön wenn ich zumindest zwei oder drei tage es muss nicht viel sein zwei aber zumindest so so dass sie sinnvoll genutzt wurde ja das sollten wir hinkriegen ja muss ja nicht viel sein das muss nicht so viel wie heute ja wenn wir heute drei vier parts schaffen das ist dann schon gut ja der erste ist gleich fertig ja das trifft sich gut da kann ich mal kurz auf die letzte gehen das trifft sich sehr gut so hast du alle gehabt welche ja jetzt brauche ich noch auge des magiers magiers und auge des königs okay dann mache ich das ja mal kurz dann mache ich das ja mal kurz müsste das so gewesen sein oder ne auge des magiers ja du musst das zufällig ja auch aufsammeln wie wärs damit wo ist denn das da haben wir hier 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 wenn du es nicht aufsammelst dann kannst die quest soll nicht abgeben ja gut dann brauche ich jetzt jeweils noch eins jetzt also es ja okay gräuter schön wenn man auch als jäger prüren kann bitte aufsammeln ja jetzt brauche ich noch einmal auge des königs auf wie lange hält denn dieses ding da bei dir an ey mhm eine minute hält er noch so ist da alles ja Dann können wir uns da mal kurz hinten hinstellen. Ja. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Part. Ciao. Tschüss.